Macht's kein Spaß und irgendwann ein paar Monate später, also jetzt, haben wir uns entschlossen einen eigenen Kanal zu machen. Ich habe jetzt auch mal den neuen Computer hier mit ultra geiler Grafik, also mit ultra geiler Grafik, mit super Hardware, eine GeForce GTX und ein Intel Core i7 und ja, wie gesagt, dort kann ich euch natürlich jetzt Ultra HD Videos bieten und das ist ein